Was für eine Kanone. Und der Drill. Ja, das war nicht einfach. Und der Kurtheitsstatus. Der Hypothermiestatus ist sehr präsent. Schaut mal, wen wir hier haben. Was zum Teufel machst du denn hier? Was zum Teufel machst du denn hier? Was zum Teufel machst du denn hier? Untertitelung des ZDF, 2020